Herzlich willkommen zur Talk24 am 8. Juni. Die Corona-Krise traf den Bereich der Selbstmedikation in der Apotheke im vergangenen Jahr Doppeltat. Einerseits bestellten mehr KundInnen im Versandhandel, andererseits brachen große Indikationen wie der Erkältungsbereich ein. In seiner aktuellen Analyse der Arzneimittelmarkt in Deutschland kommt der Bundesverband der Arzneimittelhersteller zu dem Ergebnis, dass es die Offizien sogar noch härter getroffen hat als den Mass-Market. Detaillierte Zahlen finden Sie auf apotheke-ad-hoc.de. Die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma CureVac dauert länger als geplant. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Glucher bestätigte, dass sich das Verfahren weiter verzögern wird. Zuletzt hat es geheißen, man rechne mit einer Zulassung im Juni. Nun sei dies leider erst im August realistisch. Laut einem Beitrag des Deutschlandfunks sind in der Phase-3-Studie mit mehr als 35.000 Probanden bislang 59 Infektionen aufgetreten. Zum Nachweis der Wirksamkeit müssten mindestens 160 Fälle registriert und möglichst wenige der WERUM-Gruppe zugeordnet werden. Wegen der Verteilung von angeblich weniger geprüften Corona-Schutzmasken fordert die FDP eine schnelle und lückenlose Aufklärung. Für einen Untersuchungsausschuss im Bundestag sei es nun leider zu spät, sagt der FDP-Fraktionsvize Michael Theurer mit Blick auf die im September anstehende Bundestagswahl. Die Regierung oder der Bundestag müssten deshalb umgehend einen Sonderermittler einsetzen, der am besten vom Bundesrechnungshof kommen sollte, so Theurer. Viele Betriebsärztinnen beginnen im Laufe der Woche mit Corona-Impfungen. Auch die Beschäftigten von OTC und Pharmaherstellern werden in den kommenden Tagen immunisiert. Bei Bionorica geht es am Donnerstag los. Bayer hat sich mit anderen Unternehmen zusammengetan. Das Interesse der MitarbeiterInnen sei groß und die ersten Termine schnell ausgebucht gewesen. Was fehlt, ist genügend Impfstoff. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Adhoc24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker Adhoc. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.